Herzlich willkommen zum Lecturecast gutgläubiger Immobiliarerwerb. Es geht also jetzt um den gutgläubigen Erwerb von Liegenschaften. Wie wir Liegenschaften an sich erwerben, das wissen wir schon. § 83 ABGB. Auch hier gilt das Prinzip der kausalen Tradition, nur eben, dass es keine Tradition ist, sondern dass der Modus für den Erwerb einer Liegenschaft die Einverleibung im Grundbuch ist. Auch hier gilt, wir brauchen einen objektiv gültigen Titel, wir brauchen einen Modus und wenn wir das nicht haben, dann werden wir kein Eigentum an der Liegenschaft erwerben, nämlich weder derivativ noch originär. Für den originären Liegenschaftserwerb, der also die fehlende Berechtigung des Vormannes ersetzen soll, da haben wir jetzt aber eigene Vorschriften. Da knüpfen wir, anders als bei bewegigen Sachen, nicht am Besitz an, also ich erwerbe nicht vom Besitzer Eigentum an der Liegenschaft, gutgläubig Eigentum an der Liegenschaft, sondern da knüpfen wir eben am Grundbuch an. Wenn wir das Grundbuch schon haben, dann müssen wir es jetzt auch für diese Variante des Eigentumserwerbs einsetzen, also für den gutgläubigen Erwerb. Und da gibt es Prinzipien, grundbuchsrechtliche Prinzipien, die wir ganz einfach immer mit einem Satz zusammenfassen, was eingetragen ist gilt, was nicht eingetragen ist, gilt nicht. Und bevor wir diese Prinzipien uns im Detail anschauen, ist ganz wichtig, dass wir hier nicht zu sehr abkürzen, dass wir hier diese Prinzipien nicht zu sehr für bare Münze nehmen. Sie wissen, wenn Sie den § 380 auch für Liegenschaften anwenden, dass der Umstand, dass jemand als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, eine Voraussetzung für den Eigentumserwerb, für den derivativen Eigentumserwerb ist. Aber es ist natürlich nicht die einzige, sondern es ist nur eine von drei Voraussetzungen. Titel und Berechtigung der Vorperson brauchen wir auch. Das heißt aber umgekehrt, dass es gut sein kann, dass jemand im Grundbuch eingetragen ist als Eigentümer einer Liegenschaft. Die Person ist aber in Wahrheit gar nicht sachenrechtlich berechtigt. Wie kann so etwas passieren? Ja, ganz einfach. Der Kaufvertrag über die Liegenschaft ist objektiv ungültig. Geschäftsunfähigkeit, ein Stellvertretungsmangel, ein versteckter Dissens. Dann wird mit Blick auf diesen Vertrag in die Liegenschaft eingetragen, also man wird einverleibt. Aber das Eigentum kann natürlich nicht übergehen. Prinzip der kausalen Tradition. Die Causa fehlt für den Eigentumserwerb. Dann ist in diesen Konstellationen der Grundbuchstand, wenn man so möchte, von Anfang an unrichtig. Die Person, die eingetragen ist, die war niemals Eigentümer, weil es ja keinen Titel gab. Es kann aber auch sein, dass der Grundbuchstand zwar grundsätzlich richtig ist, aber nachträglich unrichtig wird. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, eine Liegenschaft wird von wem anderen gutgläubig erworben, etwa durch Ersitzung. Da brauchen Sie zwar 30 Jahre, das ist ein durchaus langer Zeitraum, aber wenn die Voraussetzungen des redlichen Besitzes über 30 Jahre vorliegen, dann können Sie eine Liegenschaft durch Ersitzung Eigentum erwerben. Der, der im Grundbuch eingetragen ist, ist nach der Ersitzung durch wen anderen nicht mehr Eigentümer. Der Grundbuchstand ist nachträglich unrichtig geworden. Und diese beiden Konstellationen, die brauchen wir jetzt, um also an diesen gutgläubigen Liegenschaftserwerb anknüpfen zu können. Das heißt, das sind ja zwei Konstellationen, wo ich ins Grundbuch schaue, im Vertrauen auf das Grundbuch eine Liegenschaft erwerben möchte, aber der Grundbuchstand ist unrichtig. Das ist genauso, wie wenn ich vom Besitzer einer Bewegungssache, zum Beispiel eines Autos die Sache erwerben möchte, also das Auto zum Beispiel kaufe und der ist gar nicht Eigentümer. Der Besitz hat bei den Bewegungssachen eine Indizwirkung, eine Indizfunktion und das, was der Besitz bei Bewegungssachen ist, ist die Eintragung im Grundbuch bei unbewegungssachen. Und hier spielen diese beiden Sätze eine Rolle. Was eingetragen ist, gilt. Was nicht eingetragen ist, gilt nicht. Das dürfen Sie allerdings jetzt nicht so verstehen, dass wir das also lesen als, was eingetragen ist, gilt. Wer als Eigentümer eingetragen ist, ist Eigentümer. Da müssten wir hinzu ergänzen, nur wenn die anderen Voraussetzungen gegeben sind. Wenn nicht, müssen wir einen gutgläubigen Erwerb prüfen. Und für diesen gutgläubigen Erwerb brauchen wir, ich knüpfe wieder am Anfang an, den Titel und den Modus. Das heißt also, die Redlichkeit ersetzt hier nur die fehlende Berechtigung der Vorperson. Und wer ist die Vorperson? Das ist die Person, die im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist. Und die beiden Konstellationen, die wir jetzt besprochen haben, der Grundbuchstand war von Anfang an unrichtig. Der Grundbuchstand ist etwa durch eine Sitzung nachträglich unrichtig geworden. Diese beiden Konstellationen, an denen knüpft das Gesetz jetzt für den gutgläubigen Liegenschaftserwerb an. Beginnen wir mit dieser zweiten Konstellation, der nachträglich unrichtig gewordene Grundbuchstand. Einschlägig ist §1500 ABGB, also das ist eine grundbuchrechtliche Vorschrift, die wir im ABGB finden. Bitte der gutgläubige Erwerb an Liegenschaften, der läuft nicht nach §367 ABGB. Da sind Sie also am falschen Dampfer, wenn Sie nach §367 prüfen, da prüfen Sie nur den gutgläubigen Erwerb an beweglichen körperlichen Sachen. Das heißt also, ein nachträglich unrichtig gewordener Grundbuchstand und jetzt erwerbe ich von demjenigen, der im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, Eigentum. Jetzt möchte ich von dieser Person die Liegenschaft erwerben. Wie funktioniert das? Ich habe den Titel, zum Beispiel einen Kaufvertrag, ich habe den Modus, ich werde nun als Eigentümer eingetragen und ich brauche dann die Redlichkeit, die Gutgläubigkeit als Voraussetzung für den Erwerb. Und wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann kann ich die Liegenschaft in dieser Situation gutgläubig erwerben. Das heißt, die Interessenabwägung läuft hier zu Lasten desjenigen, der die Liegenschaft eigentlich schon durch eine Sitzung erworben hat, zugunsten desjenigen, der im Vertrauen auf den unrichtigen Grundbuchstand erwirbt. Und das ist auch in Ordnung. Warum ist das in Ordnung? Derjenige, der Eigentümer ist, der soll sich eben darum kümmern, dass er eingetragen ist. Und wenn er nicht eingetragen ist, dann ist das Risiko für dieses Vertrauen, das Risiko, dass er also das Eigentum wieder verliert, ja durchaus erhöht und er hat es in der Hand, dieses Risiko zu verhindern. Paragraf 1500, der redliche Erwerb bei nachträglich unrichtig gewordenem Grundbuchstand. Etwas schwieriger, etwas komplizierter ist die andere Konstellation, dass also der Grundbuchstand von vornherein unrichtig ist. Also beispielsweise der Titel objektiv ungültig ist. Warum? Ja, das kann vielerlei Gründe haben und diese Gründe sind nicht immer gleichbedeutend mit Belastungsmomenten desjenigen, der die Sache aus der Hand gegeben hat, also die Liegenschaft zum Beispiel verkauft hat auf Basis eines unwirksamen Kaufvertrages, der geschäftsunfähige zum Beispiel veräußert, es gibt ein Stellvertretungsproblem oder ein Wurzelmangel führt zur sachenrechtlich rückwirkenden Anfechtbarkeit des Kaufvertrages. Das sind Konstellationen, wo der Grundbuchstand von vornherein nicht richtig ist und da kann man nicht einfach sagen, ja hättest du dich darum gekümmert, dass der Grundbuchstand passt. Das Problem liegt ja gerade im Titel. Und hier wird es ein bisschen komplizierter, hier wenden wir nicht Paragraf 1500 ABGB an, sondern hier wenden wir das Grundbuchgesetz selbst an, dort finden wir die entsprechenden Vorschriften in den Paragraphen 61 fortfolgende, so ein bisschen versteckt dort, wo wir eigentlich die Löschungsklage finden. Aber das Prinzip ist wieder ein völlig identisches. Wir brauchen auch hier einen Titel, wir brauchen einen Modus und wir haben das Vertrauen in den anfänglich hier unrichtigen Grundbuchstand. Wir brauchen wiederum einen redigen Erwerb, das heißt sobald Verdachtsmomente auftreten, kann es nicht zu einem gutgläubigen Liegenschaftserwerb kommen. Der Unterschied liegt jetzt nur darin, dass ich nicht sofort selbst durch Eintragung erwerbe, anders als bei Paragraf 1500 ABGB, sondern ich muss jetzt sogenannte Rekursfristen abwarten. Was ist damit gemeint? Nun, die Person, die nicht mehr eingetragen ist, also der Verkäufer unseres ersten Kaufvertrages, der wegen Geschäftsunfähigkeit zum Beispiel oder aufgrund eines Stellvertretungsmangels ungültig ist. Diese Person wird ja von der Eintragung des Nachmannes verständigt, nämlich nach grundbuchrechtlichen Vorschriften. Und gegen eine solche Eintragung kann man verfahrensrechtlich Rekurs erheben. Und innerhalb dieser Fristen können Sie sich als Dritter noch nicht sicher sein. Warum? Der Eigentümer könnte die Eintragung des Nachmannes noch verhindern. Und innerhalb dieser Rekursfristen, die müssen Sie abwarten, innerhalb dieser Rekursfristen können Sie noch nicht gutgläubig erwerben. Diese Rekursfristen sind relativ kompliziert im Grundbusgesetz geregelt. Das sind 30, 60 oder 90 Tage, je nachdem, wo die Person, die verständigt werden muss, ihren Sitz hat. Da sind jetzt in unserem Fall drei Personen beteiligt. Und wenn drei Personen beteiligt sind, dann wird es meistens sehr kompliziert und man läuft vielleicht auch Gefahr, dass man das falsche Rechtsverhältnis behandelt. Schauen wir uns das Ganze daher im Rahmen einer Skizze an. Der A verkauft an den B. Das war der Fall des unwirksamen Kaufvertrags, den wir besprochen haben. Und der B veräußert nun an C weiter. Wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, also der erste Kaufvertrag wirksam ist und der zweite auch, dann muss das Eigentum des A, der am Anfang des Falles eingetragen ist im Grundbuch, am Ende bei C sein. Wie funktioniert das? A veräußert an B. Die beiden haben also einen Titel. Der B erwirbt, derivativ, durch Eintragung im Grundbuch. Diese Eintragung im Grundbuch muss natürlich nach einem grundbuchrechtlichen Verfahren passieren. Bei beweglichen Sachen ist es ganz einfach, ich übergebe die Sache. Da habe ich das Einverständnis der beiden Beteiligten A und B. Bei unbewegigen Sachen muss ich das im Rahmen des grundbuchrechtlichen Verfahrens abwickeln. Das bedeutet also, technisch redet man von einer Aufsandungserklärung. Der A muss einverstanden sein, dass sein Eigentum nun an B übergeht. Er also nicht mehr eingetragen ist, sondern nunmehr der B. Da wir uns in einem grundbuchrechtlichen Verfahren befinden, wo beide, nämlich A und B, beteiligt und damit Parteien sind, muss der A von der Eintragung des B verständigt werden. Mit dieser Verständigung ist es dann grundsätzlich vorbei. Allerdings handelt sich, wie gesagt, um ein Verfahren. Hat der A die Möglichkeit, gegen diesen Beschluss des Grundbuchgerichts im Rahmen eines Rekurses vorzugehen. Und das sind eben die 30, 60 oder 90 Tage, die ich vorhin schon genannt habe. B verkauft die Sache nun weiter an C. Und das ist aber im Prinzip, wenn alles so läuft, wie es laufen sollte, dem A nicht mehr wirklich wichtig, denn er hat seine Liegenschaft bereits verloren. Das Eigentum ist an B übergegangen. Ob der B jetzt Eigentümer bleibt oder die Sache an einen Dritten verkauft oder sie verschenkt, das ist für ihn grundsätzlich unerheblich. So läuft es also, wenn alles funktioniert, wenn insbesondere dieser erste Kaufvertrag wirksam ist. Wenn aber jetzt der erste Kaufvertrag nicht wirksam ist, dann konnte trotz grundbuchrechtlichen Verfahrens der B niemals Eigentümer werden. Das heißt also, selbst dann, wenn der A eine Aufsandungserklärung abgibt, selbst dann, wenn die Rekursfristen ablaufen, also die Eintragung des B rechtskräftig ist, das ist eine reine verfahrensrechtliche Komponente. Materiell rechtlich Eigentümer wird der B dadurch trotzdem nicht, weil es ihm am Titel fehlt. Der C kann von ihm gutgläubig erwerben, aber, und damit komme ich jetzt wieder auf diese Verständigung zurück, das kann er nur dann, wenn der A keine Möglichkeit mehr hat, gegen die Eintragung des B vorzugehen. Um diese Möglichkeit, gegen die Eintragung des B vorzugehen, hat er eben innerhalb der Rekursfristen. Das heißt also, das ist ein oft gemachter Fehler bei Klausuren, es kommt nicht darauf an, dass der B von der Eintragung des C verständigt wird und auch nicht, dass der A von der Eintragung des C verständigt wird, denn wie soll der A von der Eintragung des Dritten verständigt werden? Das ist ja, wie gesagt, für ihn völlig unerheblich. Stellen Sie sich das im Rahmen des praktischen Falls vor. Sie verkaufen Ihre Liegenschaft. Was mit der Liegenschaft passiert, ist Ihnen egal, ob ein Dritter eingetragen wird. Davon werden Sie nicht mehr verständigt. Das wäre eine eigenartige Post des Grundbusgerichts, die Sie bekämen. Also insofern kommt es auf die Eintragung im ersten Verhältnis und auf die Verständigung von der Eintragung im ersten Verhältnis an. Wenn diese 30, 60 oder 90 Tage nach der Verständigung abgelaufen sind, ist C unanfechtbar Eigentümer geworden. Im Vertrauen auf die Eintragung des B. Jetzt kann es natürlich sein, dass der A niemals von der Eintragung des B verständigt wird. Solche Fälle wirken auf den ersten Blick nach klassischen Lehrbuch-Ideen. Also dass beispielsweise der B einen Kaufvertrag mit dem A fälscht und auf Basis dieses gefälschten Kaufvertrages sich im Grundbuch also hineinschleicht, wenn man so möchte. Er fälscht nämlich auch gleich die Aufsandungserklärung. Jetzt ist er im Grundbuch. Da gab es natürlich niemals eine Verständigung. Und er veräußert an den C weiter. Hier hatte der A niemals eine reale Möglichkeit, von der Eintragung eines anderen zu erfahren. Und insofern kann man ihm auch nicht vorwerfen, dass er keinen Rekurs erhoben hat, weil er ja nie verständigt wurde. Und daher klappt es mit dem Ablauf der Rekursfrist natürlich auch nicht, um den gutgläubigen Eigentumserwerb des C zu begründen. Was tut man hier? Das Gesetz ordnet hier gewisse Nachforschungs-, Erkundigungsobliegenheiten im Grundbuch an. Die bezeichnen wir als Schreijahre. Wenn der C drei Jahre abwartet und nach den drei Jahren nichts passiert ist, der A also nicht aufgeschrien hat, wenn Sie so wollen, dann erwirbt der C unanfechtbar Eigentum, obwohl es nie eine Verständigung gegeben hat. Jetzt haben wir gesagt, sehen das hier in der Skizze, ohne Verständigung wird er Eigentümer. Jetzt haben wir gesagt, dass das eigentlich klassische Lehrbuchfälle so auf den ersten Blick sind. Aber Sie dürfen natürlich nicht vergessen, wenn wir also die Geschäftsunfähigkeit im Verhältnis zwischen A und B beispielsweise heranziehen, dann kann es natürlich schon sein, dass der A verständigt wird von der Eintragung des B. Aber die Verständigung des Geschäftsunfähigen kann natürlich keine rechtlichen Wirkungen herbeiführen und insofern sind hier auch keine Rekursfristen abzuwarten, sondern es kommt wiederum auf die Schreijahre an. Das heißt, sicher sein kann sich der C erst, wenn die drei Schreijahre abgelaufen sind. Das heißt, sicher sein kann sich der Eintragung des B. Aber die Schreijahre abgelaufen sind.